Hier gab es keinen Sieger. Hier ist also noch was auf. Neben Bayard leitet diese Begegnung zwischen Karin der Freie, Kürkosaner und Vala Li Pateri für S.A.M. Die erste Schilderbestraftung. Zurück gedauern. 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 Hier mit der Übernahme. Aber ein halb Meter frei gelandet. Die Klick überrollt übers Gesäß damit nicht mehr zu bewerten. Die Klasseaktion hier über beiden Weltspitzen anregen. Wir haben eine ganz starke Aktion. Wir truppen und gehen. Keiner kann im letzten Zünd quasi die Hüße gestalten. Dann gehen wir in die Rückenlage, gehen. Weiterhin alles hoffen. Keine Wertung und aber keine Bestrafung. Und Karin der Freie greift sie weiter an. Untertitelung. BR 2018 So, ich komme, Magami, Patagami, Sonnyuko. So, und damit die Führung aus Erstliga-Nicht bei zwei Minuten verbleibender Kampfzeit. Harika Pai muss jetzt seiner Erfahrung hier noch ausleiten. Die Führung aus Erstliga-Nicht bei zwei Minuten verbleibender Kampfzeit.